Was passiert? Jetzt hör auf hinter mir, ich schreib mich gleich sonst wieder, schreib ich das doch noch in die Rechnung rein. Ja genau. So, einmal Karte durchziehen, da muss man schon nicht Biss machen, sondern Abund. Da muss aus dem Bauch kommen. Was denn hier weinen? Wein, Mann. Rein? Rein oder Wein? Ne, Wein, nicht Wein, Wein. Rein? Wein, ja. Okay. Wein. Ja, Wein. Ja, Wein. Wein. Ja, Wein. Wein. Ja, Wein. Ja, Wein. Wein. Ja, Wein. 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 Joi Hier, bleiben Sie mal stehen, ich spreche als LSPD fahrzeug wir sagen wir sind kriminell wir sind wieder viel zu schnell uns erfolgt die polizei denn die tasche ist voller metall wir sind kriminell ich muss mal ganz kurz eine runde mit dem auto fahren du bist kriminell willst du mitfahren? ja kein stück in meinen benz rolle ich durch mein ghetto im präsidenten war das nicht der mediziner von gestern? wie in der akademie ah bleck, finger in die wie ja ritze ratze rotze finger in die rotze fahrradkette mann es ist nicht wahr es ist nicht wahr du darfst du mich fahren glaub ich weg erhunted moment erhunted ab in die ecke niemals zweimal das gleiche besteck wo bist du? oh man wie heißt du? wie ist dein name? was ist dir passiert? ich bin nicht hier hingekommen pass mal ans fenster mach das licht aus ich halt das radio an Sorge noch umgehalte er singt egal entspannt euch mit euer taxi egal geboren um Liebe zu geben um Träume zu erleben was ist? hä? obwohl ich was bekomme gut ich prüfe das einmal ja sie sind da halt äh so pusten sie hier einmal ich rasch da aus alter ich rasch komplett aus ja stopp das reicht so wir müssen doch mal pusten das gerät hat das nicht erkannt weil ich sollte nicht so laut pusten hier puste doch mal geistern vermut stein und eisenbricht aber unsere liebe nicht alles alles ging vorbei doch wir sind uns drei man darf es einfach nicht man darf es einfach nicht ey ich hab den nicht gesehen ich hab ja auch andere maßnahmen ja ich hab den gt verschluckt oder so tja ja vorhin der andere hat er auch gut geschluckt er hat dreimal meinen Schlauch in den Hals gehalten ey uff dreimal leer gesaugt uff uff was denn? ja der Waffenloh ne das war kein Waffenloh ne das war kein Waffenloh du du du? oh du 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 duu duu